Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Vorlesung in der Vorlesungsreihe der Biodiversität. Wir sind bei der Nummer 32 angelangt und wollen uns heute mit den Wollbeutelrattenartigen befassen. Das ist eine Untergruppe zu den Beuteltieren und ganz genau den Beutelratten, die wir ein letztes Mal behandelt haben. Das wird heute auch eine einigermaßen kurze Vorlesung werden, weil ihr werdet gleich feststellen in der Taxonomie, dass wir drei Arten haben, die wir uns dann genauer anschauen möchten. Und das ist vom Umfang her dann so groß, dass ich gesagt habe, dass die eine eigene Vorlesung bekommen. Und deswegen machen wir jetzt quasi bis dahin und fangen wir einfach an. Ja, die Wollbeutelrattenartigen Kaloromyinae, das ist eine Unterfamilie. Und da gibt es die Wollbeutelratten Kaloromyinae, das ist eine Gattung. Und die Binden-Wollbeutelratten Kaloromyinae, das ist eine Gattung. Ihr seht, da ist wieder ein Sternchen dran. Wer es beim letzten Mal nicht mitbekommen hat, ich habe mich entschieden, ein Sternchen immer dann dran zu machen, wenn eine Gruppe nur eine einzige Untergruppe, in dem Fall eine Art, beinhaltet. Und dass wir die Art dann gleich behandeln, weil die Eigenschaften der Art und der Gattung hier in dem Fall identisch sind und das halt doppelt gemoppelt und Quatsch wäre. Das ist halt nur für die gladistische Einteilung wichtig. Das heißt, die Art, die wir uns dann anschauen werden, ist die Binden-Wollbeutelratte Kaloromyinaeopsis erupta. Gut, die Binden-Wollbeutelratte Kaloromyinaeopsis erupta ist die einzige Art innerhalb der Gattung der Binden-Wollbeutelratten Kaloromyinaeops, hatten wir ja gerade gesehen. Und obwohl es kaum Sichtungen gibt, wird die Art als am wenigsten bedenklich eingestuft. Die einzig bekannten Sichtungen stammen aus feuchten Wäldern in West-Brasilien und Südost-Peru. Aber man geht halt davon aus, dass sie deutlich weiterverbreitet ist, aber noch nicht berichtet wurde. Und deswegen schätzt man die Population allgemein als relativ hoch ein, weil das bei den meisten Beuteltieren der Fall ist. Und deswegen stuft man sie halt von der IUCN nicht als gefährdet ein. Wie die meisten handelt es sich eine nachtaktive, baumbewohnende Art. Und in dem Fall ernährt es sich gerne von Nüssen, Nektar, Insekten und auch Nagetieren. Ja, die Binden-Wollbeutelratte wird auch Schwarzschulteroprosum genannt. Und das ist dann bedingt auf ihre Fellfärbung, denn sie hat einen deutlichen schwarzen Fellstreifen, welches von den Vorderfüßen über Schultern und Rücken bis zu den Hinterbeinen erstreckt. Und damit auch ein auffälliges Abgrenzungsmerkmal ist. Das Fell auf dem Rücken ist grau, auf dem Bauch geht das grau dann in braun über. Durch die Augen verlaufen undeutliche dunkle Linien. Und die ersten 60 bis 75 Prozent des Schwanzes sind auf der Rückseite dunkler als der Körper und weiß ein glattes Fellauf. Also allgemeine Fellfärbung und auch vor allem der Kopf und der Schwanz sind immer gute Unterscheidungsmerkmale. Die letzten 40 bis 25 Prozent des Schwanzes sind weiß und buschig. Und der Vorderschädel, der ab den Augenhöhen beginnt und Rostrum genannt wird, ist kürzer als bei den Wollbeutelratten Kaloromus. Zudem sind die großen Backenzähne, die Molaren, größer. Fortpflanzung Ja, da die Bindenwollbeutelratte sehr selten ist, ist kaum etwas über ihr genaues Verhalten oder ihre Fortpflanzung bekannt. Man weiß allerdings, dass die Weibchen pro Wurf bis zu zwei Nachkommen haben können, was für Beuteltiere extrem wenig ist. Ja, aufgrund der wenigen Daten, die vorliegen, kann man zum Thema Gewicht nicht viel sagen. Höchstalter ist sieben Jahre und die Größe ist bis zu 73 Zentimeter inklusive Schwanz natürlich. Ja, und damit sind wir schon bei der Gattung der Wollbeutelratten Kaloromus. Sie sind von Mexiko bis Argentinien verbreitet und kommen dort häufig vor. Weshalb die Gattung als am wenigstens bedenklich eingestuft wird. Es handeln sich um nachtaktive, baumbewohnte, gute Kletterer, welche einstgängerisch leben. Und sie sind Allesfresser, also Omnivoren. Sie ernähren sich hauptsächlich von Nüssen, Blättern, Früchten, Insekten und kleinen Wirbeltieren. Zum Körperbau kann man sagen, dass das auffälligste und eindeutigste Unterscheidungsmerkmal der schwarze Gesichtsstreifen ist, welches sich von der Nase über den Kopf zum Rücken erstreckt. Kann man allgemein sagen, ja, aber wir werden bei den Einzelarten sehen, dass man da auch ein bisschen differenzieren sollte. Das Fell auf der Oberseite ist rötlich, braun oder auch grau und kann manchmal weiß gemustert sein. Auf der Unterseite ist es meist gelblich. Und der Kreisschwanz der Wollbeutelratten ist bis zur Hälfte behaart. Auch das kann man so ganz salopp nicht sagen. Es stimmt so ganz grob, aber es gibt trotzdem Unterschiede. Ja, sie bringen bis zu 300 pro Jahr drei bis sieben Jungtiere zur Welt. Das variiert natürlich von Art und aber auch von der Geografie, wo sie leben. Es müssen natürlich entsprechende Bedingungen herrschen. Ein Partner muss natürlich gefunden werden und es muss natürlich auch genug Nahrung bereitstehen. Die Tragzeit beträgt 25 Tage und ist damit die längste aller Beutelratten. Und die Jungtiere bleiben danach ungefähr drei Monate im Beutel. Allgemein sind die Vertreter relativ groß, sagen ich mal. 500 Gramm, Höchstalter bis sechs Jahre und eine Körpergröße inklusive Schwanz bis 78 Zentimeter. Innerhalb der Taxonomie der Wollbeutelratten, also unserer Gattung Calorumus, gibt es wie am Anfang schon erwähnt drei Arten. Die Derbi-Wollbeutelratte Calorumus derbianus, rote Wollbeutelratte Calorumus landatus und die gelbe Wollbeutelratte Calorumus philander. Die aber, wie gesagt, verdienen eine eigene Vorlesung. Die behandeln wir beim nächsten Mal. Und deswegen sind wir, wie am Anfang schon angekündigt, mit heute einer relativen kurzen Vorlesung durch, weil wir die Zeit für die drei Arten dann uns zusammen benötigen. Und deswegen würde ich sagen, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Und da schauen wir uns mal an, warum das, was ich jetzt gerade zu der Gattung gesagt habe, für die einzelnen Arten nicht zwingend so stimmt. Man muss allerdings dazu sagen, die Literatur variiert auch sehr stark. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass ein paar Copy-Paste-Fehler passiert sind. Weil manche Literatoren sprechen von Höchstgewicht von 52 Gramm, andere von 528 Gramm. Das sind so die Momente, wo ich mich manchmal frage, ob man hier vielleicht einfach dann einen Fehler immer wieder kopiert hat. Weil bei einer Körperlänge von 75 cm, 58 Gramm, das wäre weniger als 1 Gramm pro Zentimeter. Und das kann unmöglich stimmen. Und deswegen vermute ich mal, jemand hat einfach vergessen, mal die 8 abzutippen. Und das wurde dann in verschiedenen Literatoren einfach so übernommen. Aber soviel dazu. Wir schauen uns das, wie gesagt, nächstes Mal alles in Detail an. Und bis dahin sage ich, macht's nicht gut, macht's besser. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Über einen Like würde ich mich wie immer freuen. Und tschüss. Tschüss.